Hallo zusammen und willkommen zurück zum Minecraft Core, weiter geht's hier auf meiner wunderschönen Insel und danke schon für die Tipps, das hier war eine echt gute Idee, man hört jetzt das Blubber nicht mehr, es gibt da den Soundmuffler und ich hab einfach eingestellt ein Range, das heißt alles was hier ein Block drumherum ist, hört man nicht mehr, inklusive dieses wunderschönen Gluckern des Topfes. Wobei das wahrscheinlich eh bald ade ist, nennt man das so, weg ist, weil wir machen natürlich bald ist das Aufnahmelimit rum, ich glaube am Wochenende und dann geben die Leute hier Gas ohne Ende, ich weiß gar nicht, ob ich da mithalten kann, wahrscheinlich nicht, voll gut, aber es geht ja ehrlich gesagt nicht ums Mithalten, sondern prinzipiell ums Füllen des Kernes. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Jetpacks, ich wollte mal was machen, hör mal, zum Füllen des Kernes und deswegen ist es egal wie schnell wer ist, es geht darum den Kern zu füllen und alles schön aussehen zu lassen, einigermaßen. Wir haben uns auch überlegt, ob wir nicht ein cooles, zusammengehöriges, wie nennt man, boah alter, direkt voll, Jetpack, ich mach mir jetzt kein Iron Jetpack, glaub ich, oder? Ah ne, komm, lohnt sich nicht, kann eh bald fliegen, alter, ich würd sagen, das machen wir im nächsten Livestream. Ein cooles, zusammengehöriges ME-System zu bauen, mein Gott, das wird schwer, damit wir dann quasi alles automatisch craften können, damit wir den auch vielleicht voll bekommen. So, gehen wir erstmal hier hin, ich wollte jetzt mal gucken, wer, wie weit ist, wer was gemacht hat, hier ist Basti Zockt, auch noch, ja eigentlich ist er so weit wie ich, wenn man so möchte. Der hat hier auch schon den, wie heißt der, den Händler stehen, wo man sich Tiere und so kaufen kann, sehr, sehr cool, Doppelbett, obwohl er alleine wohnt, komisch. Und auch jeden Zeppling hier am Start und hier unten hat er auch schon alles vor Kabel, was ist das? Autocrafter, sehr gut, kann ich nicht reingehen, leider. Okay, hier ist Basti Zockt, wer da mal reinlunzen möchte, einfach mal da schauen. Und der Gute ist auch schon bei vielen Projekten dabei, gerade Sky oder Sky World war immer lustig. Oder Mark, war er auch ein guter Rivale, wer das noch kennt, schreibt mal alle bitte rein. Ich kenne Basti. Weil Mark war eher der Werwolf und ich, der Draconic Evolution Mann, da haben wir mal so Matches gemacht und ich glaube, er hätte gewonnen oder er hat gewonnen. Weil er mit jedem Schlag einfach eine Rüstung ausgezogen hat, war nicht so cool. Bitte, wer ist hier denn? Hatte die etwa mehr Zeit? Kein Kuchen, ach ich kann, ne, keinen nicht, ich kann den Kuchen essen. Für Baloui Poppy, gezeichnet Flocke. Ich komme hier nicht rein. Oh, ein Händler, cool. Manual Torch. Finde ich aber geil, dass man, oh, Security System, alter. Stimmt, da haben wir auch eine coole Mod drauf. Oh, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich glaube, ich baue nur Kacke, wenn es hier richtig losgeht. Also ich freue mich da drauf, wenn das Limit halt weg ist. Dann kann man halt auch mal ein bisschen mehr in den Hausbau und so investieren. Wird auf jeden Fall cool. Ich mache dann Hausbau und Item for Sacred macht dann den Kern voll. Oh. Oh, das ist aber echt schön hier. Finde ich aber schön, wenn man mal andere Blöcke benutzt, außer die gängigen. Aber guck mal, weißt du? Ich mache das gemütlich und sie hat einfach hier vier Dinger stehen, geil. Oder sind hier mehr auf der Insel? Ich bin jetzt, ich bin jetzt verwirrt. Ich meine, so für alleine geht es eigentlich auch, ne? Wenn man nicht so rumpimmelt, wie ich immer. Oh. Ah, deswegen geht es so viel in den Kern gerade rein. Cool. Also im Kern sind, also es sind immer noch 0% by the way, nach drei Wochen. Voll geil. Und, also 0%, aber da sind schon irgendwie 5 Milliarden drin oder so. Voll geil. Sind jetzt einfach den Wegen noch hinterher. Das ist aber echt lahm, ne? Ich brauche echt diese Blitzarmer. Ich glaube, die machen wir im nächsten Stream. So, ich glaube, wir werden nicht alle finden. Wir werden nicht alle finden. Aber die Map ist echt schön. Da hinten ist ja jemand. Da gehen wir hin. Einmal abkürzen hier, schräg drüber. Doch, bei, bei manchen lade ich mich auch auf, ne? Die haben auch den Wireless Charger am Start. Okay, den Umweg geben wir jetzt mal nicht. Fliege ich einfach mal hier rüber. Notfalls haben wir noch ein Jetpack am Start. Oh, das sieht auch schön aus. Hui, da denke ich mir immer, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Okay, rumgeflogen und die anderen Grundstücke angeguckt, ne? Obwohl, ich mache ja nicht jeden Tag eine Folge, ne? Aber Serverzeit brauche ich trotzdem auf. Ich versuche mich gerade rauszureden. Ja, hier ist ja noch nicht so viel, ne? Aber wird, glaube ich, gerade alles rübergebaut. Wer ist hier? Sieht man das? Ach, Lars. Ja, Lars ist ja, glaube ich, eh rausgegangen. Für ihn war es ein bisschen viel, hat er gesagt, für den Anfang. Schade eigentlich. Genau, hier müsste dann... Was sind wir? Genau, Item for Sacred. Zinus ist auch... Ah, Zinus hat auch nicht so viel gemacht, leider. Schade eigentlich. Der kann auch immer sehr schön bauen. Gerade Craft Attack, der letzte Part, war super schön. Achso, lol. Ah, wie geil. Oh, das erinnert mich an Minecraft Rise. Das war so cool, das Projekt. Einfach meine alte Singleplayer-Welt, umgebaut auf Modpack. Die habe ich nur nachher zu sehr aus den Händen gegeben. Das ist dann viel. Hätte ich mir selber machen sollen. Vielleicht macht man sowas mal wieder für einen Stream oder so. Das wäre echt schön. Oh, wir haben ja noch Time. Time. Kriege ich bald auch noch ein Update, übrigens. Und wenn alles klappt, werde ich das hier Sonntag streamen und... Ne, ne, warte, warte, andersrum. Werde ich das hier am Freitag streamen. Freitag ist ja einmal auch Twitch und Streamen, wo wir auch für einen Kindergarten was sammeln. Und am Sonntag gibt es dann noch einen Stream mit Minecraft Time. Das wird bestimmt cool. Das wäre eher RGB Pixel, ne? Ah, guck mal, der hat hier auch eine Anlage am Start. Cobblestone. Ah, der macht Steine. Okay, cool. Voll geil. Voll die geile Steinmaschine. Ja, Strom ist das wohl sehr gängig. Mit einem Puffer dran. Auch cool. Ich meine, klar, natürlich muss man... Also, sieht bei vielen noch nicht gerade schön aus. Außer jetzt bei Flocker da hinten. Oder hier fängt es auch an. Aber man muss halt denken, man hat eine Aufnahmegrenzung. Man hat nicht so viel Zeit. Und man muss halt immer abwägen. Mache ich jetzt in den Modifikationen weiter? Oder baue ich halt ein bisschen schöner? Geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Und wie gesagt, am Wochenende müsste eigentlich die Aufnahmegrenzung wegfallen. Ich glaube am 20. Tag, 21. Tag. Und dann geht es ab. Was ist hier drin? Das ist wie so ein Deep Mob Learning Tempel. Hallo? Ah, hier. Lol. Da laufe ich einfach rum. Kann man ja mal machen. Oh, eine Mob-Warm. Ah, macht Sinn. Erstmal gucken, was es hier gibt. Aber da hättest du mal eine große Kiste dran machen können, ne? Passt ja gar nichts rein. Aber trotzdem cool. Es ist ja dunkel, weil ich schlafe mal schnell. Jetzt ist mal ein Spawnpunkt hier. Oh nein. So, weiter geht's in die Richtung. Da hättest du noch mal ein paar Mal. Was ist denn hier los? Warum sind die denn hier? Sind die... Alter. Ich hab das Pferd gerettet. Geiles Aim. Oder ist das Pferd auch böse? Ne, Pferd ist cool drauf. Geil. Boah, ich hab ein Skelett-Pferd. Darf ich das haben? Hallo, Kühe. Wer ist denn hier eigentlich? Hier war... Hier ist keiner. Aber ich kann die Tiere wieder sehen, seh ich gerade. Oh, oh. Ich hab nur 12.000. Wie sie da stehen mit den Kakteen alle. So, no risk. Ne, ne, lass mal lieber. So, und wir fliegen weiter. Oh, warte mal. Was ist denn hier? Ein Spawner. Hä? Hab ich jetzt einen getötet? Ne Kiste. Ah, nur Spawn. Oh, ja. Oh, oh. Ihr könnt ja mal da raus. Ach so, ich bin unten drin. Okay. Dachte ich hängen an dem vorderen Fest. War aber gar nicht so. So. Das müsst ihr Beezer sein. Den hat er mal, glaube ich, offen gelassen. Oh, wie schön. Da muss ich mal hingehen. Richtig hart abgrinden. Damit kriegt man die Glitch-Armor, womit man dann fliegen kann. Wie das Ganze funktioniert, muss ich leider nochmal gucken. Aber ich glaube, das ist ganz geil. So, warte mal. Wo wir gerade beim Gucken sind. Wir gucken mal. Ah, genau. Ah, Blizzor. Sorry, ich hab ja mal Beezer gesagt. Blizzor mit L. Ich hab übrigens einen Chang entfernt, ne? Kannst du mal gucken? Und hier will er laden. Weil ich irgendwie, den wollte er irgendwie haben. Und deswegen hab ich den da weggemacht. Äh. Ah, okay. Bäume. Da auch noch. Aber der konzentriert sich halt auf das Wichtige, muss man sagen. Fliegen. Die wichtigsten Sachen mod-technisch... Oh, das ist ja immer eine geile Idee. Sind zum einen ein funktionierendes Lagersystem. Und fliegen. Hä? Wollte gerade sagen, der hat einen Chickenbaum. So. Das ist aber echt eine schöne Idee, das quasi in einem Baum zu bauen. Also, anfänglich. Echt geil. So, warte. Jetzt gehen wir nochmal... Onkel Poppy und Klüm müssen hier irgendwo noch sein. Einmal gucken. Extrem verzockt ist da oben. Ich glaub, Onkel Poppy wohnt neben mir, oder? Glaube ja. Auch ein treuer Begleiter. Ich war auch schon bei Doors. Und... Kurz überlegen. Ich glaub bei... Doch, bei Anna bringen wir da auch schon dabei. Eigentlich ganz cool. So, genau. Hier wohnt jemand. Ich glaube, hier wohnt... 39%. Und das bestimmt Klüm. Wenn da so viel Deko drin ist, ist das meiste immer Klümp. Ah ja, Klümp's Team. Easy Luca ist auch noch am Start. Ah, fett. Guck mal, das ist echt cool, sowas. So auf mehreren Ebenen. Ich hab nur einen Keller und freu mich, ey. Lagersystem am Start. Dann hier schon mal Häusle gebaut. Aus Metall. Auch ganz cool. Hier vorne kommt, glaub ich, der Haupteingang hin. Oh, was ist das denn? Huiuiui. Schüssel und Bits, oder was? Krass. Und wir haben da diese supergelle Mob-Farm. Wir haben extra reingeschrieben in den Regeln. Kennt ihr noch diese Hammer-Mob-Farm? Die so einen Stängel haben und obendrauf so den Käfig. Das war quasi ein Hammer. Und die sind verboten. Ah, Easy Luca. Okay, hier ist Easy Luca. Das ist auch eine gute Idee, ne? Der hat sich einfach hier so ein Häuschen gegrabt, was schon da war. Warum ich da nicht drauf gekommen bin, ne? Ah, hier ein Charger. Bin ich jetzt aufgeladen? Ne. Schade. Ich dachte, er macht Wireless-Charging für alle. So, das war Easy Luca. Oh, warte mal. Hier ist so eine Kiste. Also, ob die leer wäre. So richtig dumm. Wer ist denn hier? Extrem verzockt. Ah, doch. Dann sind Onkel Poppy und Baluui bestimmt da hinten bei Flocke. Natürlich. Auch ganz cool hier, ne? Oh, ich war Creeper. Hier ist bestimmt die Mobfarben drin, oder nicht? Ah, ne, gar nicht. Das sah auch weit wie größer aus. Oh. Oh mein Gott. Das wär jetzt fast in die Hose gegangen. Hier muss hier ein Hüpfe-Creeper. Aber sehr, sehr cool. Das hab ich mal meine Nachbarn kennengelernt. Also, schreibt ganz gerne mal rein, welches ihr am besten fandet von den ganzen Grundstücken. Ich mein, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so andere Projekte sieht, so Sky oder so, sind es, glaub ich, fast dieselbe Anzahl an Leuten, die aktiv sind. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und, äh, find ich aber trotzdem schön, dass ein paar da geblieben sind. Auch hier Klim vorne, der sich wirklich Mühe gibt mit dem Bau, den er da macht. Und ich glaube, das kann doch cool werden, wenn sich hier alle nochmal so ein bisschen mehr Mühe geben. Also nicht, dass die sich keine Mühe geben. Das war jetzt falsch. Aber die geben sich ja Mühe. Aber, ne? Das wär jetzt blöd gesagt. Okay, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, wir haben zum einen jetzt ein paar Grundstücke geguckt. Und zum anderen würde ich mal sagen, machen wir mal ein Deep Mob Learning. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß, dass ich irgendwie ein, äh, sag ich mal, ein Zombie Data Modul brauche. Und dafür brauche ich sowas hier. Also, Zombie Data Modul muss nicht unbedingt. Aber man nimmt halt einen Mob, der quasi relativ easy zu töten ist und auch da ist. Und deswegen wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich keinen Redstone mehr. Redstone. So. Das steht. Dann haben wir die Torches, haben wir gebaut. Dann machen wir einen davon. Und dann gehen wir wieder auf Deep Mob Learning. Also wie gesagt, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht machen können alles, weil wir da auch ein paar Monster für brauchen. So, wir nehmen mal den, das Zombie Data Modul. Ach, guck mal, der hat schon einen Key. Alter. Heiko, dann mach doch was. Ich nehme den jetzt einfach. Der ist ja eh nicht da. Äh, wo ist denn das andere Ding hier? War es der Deep Learner? Will Display a HUD? Wenn du mehr auf... Ach ja, klar, genau. Bam. Ah, da braucht drei Stück. Was ist das? Redstone Repeater. Peter sollte nicht immer mit Shift bauen, aber mach ich immer. Der Deep Learner. No Data Model found. Ah, da sieht man die. Okay, cool. So, dann mal eigentlich brauche ich doch nur theoretisch diesen Trial Key jetzt auf den Zombie beinten. So, jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Wir brauchen dieses Modul in diesem Modul hier, meine Güte. Und somit kann man das Ganze leveln. Ich werde jetzt mal nochmal einen Zombie suchen. Das ist ein Zombie-Kind. Und dann werden wir die Keys attuned. Ich habe jetzt einfach mal ganz viele gebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir viele brauchen, aber zumindest habe ich jetzt ein paar dabei. Wie gesagt, ich muss jetzt nur mal einen einzigen... Ah, da ist er doch. Einen einzigen Zombie suchen. Achtung, ich weiß gar nicht, wie viele Schlüssel ich mit habe, aber das sehen wir jetzt. Ein paar. So. Okay, Trial Key war es attuned to Zombie. Gut, das heißt, wir gehen jetzt mal da oben rein in dieses wunderschöne Gerät. In die Mob-Arena. Die sieht man jetzt auch auf der Karte. Das ist dieses diamantfarbene Gebilde oben rechts. Hier, pass auf. Ich packe den da rein. Okay. Ich töte jetzt aber mal alle mit der Waffe. So, nächste Welle in drei Sekunden. Eigentlich cool so mit der Arena. Die muss noch direkt klappen, bevor die große... Oh nein, was ist das? Warum ist das so ein Geist? Da ist mein Reward! Da gehe ich jetzt nicht rein, da bin ich tot. Kurz mal was essen. So, nächster Key. Basic. Oh. Na, guck mal, jetzt haben wir Advanced Tier. Sehr nice. So heißt, die nächste Welle wird besser. Und der letzte. So, sehr gut. Warte mal, jetzt sind wir schon bei Advanced, ne? Das heißt, die sind noch Basic. Wir gucken mal, wenn wir jetzt hier nochmal einen killen. Ich hoffe, wir finden noch einen Freilebenden. Ich glaube das nämlich nicht. Davon finden wir alle. Davon finden wir so viele. Die zählen aber nicht. Ne, jetzt müssen wir echt warten, bis es ja dunkel wird. Bis wir dann neun haben, dass wir dann die Keys of Advanced attune. Und dass wir dann quasi die Advanced Welle machen. Also dann kommen dann wieder mehr Zombies und dann töten wir die. Und später ist dann quasi eine Stufe, wo man dann quasi so bestimmte Rohstoffe bekommt, um dann die super Glitch Rüstung zu bauen. Ich glaube, das werde ich dann quasi vielleicht im Lifestyle machen oder Offscreen. Muss ich mal gucken. Das ist quasi Hochlevel. Vielleicht lohnt sich das auch, wenn ich das einfach hier auf der Decke mal baue. Dieses Deep Mob Learning Ding. Ich will jetzt aber hier, glaube ich, nicht wieder reinspringen. Schade eigentlich. Aber gut, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir haben jetzt ein paar Grundstücke gesehen und haben den Anfang von Deep Mob Learning mit denen gemacht. Auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war. Aber das war jeder neuen Mod so, die ich mache. Deswegen lasst die Bewertung da und bis zum nächsten Part. Tschüss.